Es ist das größte Wirtschaftsverbrechen der deutschen Nachkriegsgeschichte, der Aufschlieg und Fall des DAX-Unternehmens Wirecard. Milliarden an Börsenwert wurden vernichtet. Es ist eine Geschichte, die einem in ihren Details den Atem verschlagen kann. Bevor sie mich gefeuert haben, wollten sie mich umbringen, erzählt uns Puff Gill im Interview. Gill war Justiziar von Wirecard Asien und der Mann, der als Whistleblower für die Financial Times schließlich das ganze Lügengebäude zum Einsturz brachte. Seine Geschichte ist in Deutschland so gut wie unbekannt und könnte die BaFin, die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young und die Münchner Staatsanwaltschaft, in Erklärungsnot bringen. Wenn Sie heute auf Wirecard zurückblicken, was für eine Firma war das? Aus meiner Sicht würde ich sagen, aber das ist wirklich nur eine Theorie, Wirecard wurde als Geldwaschmaschine genutzt. Das Unternehmen wurde als Instrument genutzt, um viel Geld von mächtigen Leuten hin und her zu bewegen. Wer auch immer die sind, und ich weiß es nicht, aber ich denke, das war der Zweck von Wirecard. Die Frage ist, wie konnte das alles über 20 Jahre unbemerkt bleiben? Wer waren die Hintermänner, auch außerhalb von Wirecard? Werden denn jetzt nach dem Kollaps von Wirecard die richtigen Fragen gestellt oder fehlt da etwas? Was meiner Meinung nach fehlt? Wie lange dauert der Prozess jetzt? Zwei? Drei Jahre? Ich weiß nicht, aber warum wurden in dieser Zeit nur drei, vier Personen angeklagt? Ich weiß sicher, dass viele andere Leute beteiligt und informiert waren. Wo sind diese Leute? Warum werden sie nicht vor Gericht gestellt? Es gibt viele, die wütend sind und sagen, dass das, was im Münchner Prozess passiert, nur eine Show ist. Denn es ist bequem, dass nur diese drei oder vier Personen für einige Jahre ins Gefängnis müssen, und dann vergessen wir es. Er ist angeklagt, Ex-Wirecard-Vorstandsboss Markus Braun. Er steht in München vor Gericht. Der zweite Hauptangeklagte Jan Marsalek ist auf der Flucht und soll sich wohl mithilfe von Ex-Geheimdienstlern nach Russland abgesetzt haben. Jan Marsalek, hier in der Mitte neben Pavgil, war für das Asiengeschäft zuständig. Alle Vorstandsmitglieder, Markus Braun und Jan Marsalek, sie hatten alle ihre kleine Entourage, die sie immer begleiteten und bewunderten. Eine Fanbasis sozusagen. Sie hatten Groupies. Sie zu treffen, wurde als eine Art Weihe betrachtet. Sie segneten dich mit ihrer Zeit. Ich habe Jan Marsalek auf der Weihnachtsfeier getroffen und konnte einfach mit ihm sprechen. Er ist eine sehr, sehr charismatische Person. Und du denkst dir, dieser Kerl ist der, der von ganz unten aufgestiegen ist, und jetzt ist er der Boss für das gesamte Geschäft, das er hier in Asien geschaffen hat. Er wurde als der Macher vieler dieser operativen Aspekte des Geschäfts gesehen. Jan Marsalek war ihr Boss in München. Er war für das Asiengeschäft zuständig und dann ist er plötzlich verschwunden. Was ging ihm durch den Kopf, als er verschwunden ist? Ich war nicht überrascht, denn es war ständiges Thema während meiner Untersuchung, auch nachdem ich das Unternehmen verlassen hatte, dass das wahrscheinlich passieren würde. Die Idee war ja sehr einfach. Eine Person taucht unter. Die andere wird vorgeben, dass sie das Opfer der Untergetauchten ist. Sie wird alles auf die abgetauchte Person abschieben. Und es ist genau so gekommen, wie wir es gedacht haben. Es ist einfach sehr praktisch. Es ist wie die Organisation des perfekten Verbrechens, wenn Sie so wollen, oder? Denn diese Leute sind nicht dumm. Es sind hochintelligente Individuen. Man kann nicht unintelligent sein, um einen solchen Betrug durchzuführen. Es war Teil des Plans und er hat funktioniert, weil da zwei Menschen super eng miteinander waren. Sie haben alles zusammen gemacht. Der eine war ein Kontrollfreak, der andere war Idee und das Gehirn hinter der Umsetzung. Aber jetzt benehmen sie sich plötzlich, als ob sie sich nicht kennen, als ob sie nicht wüssten, was die andere Person gemacht hat. Es ist einfach völlig unglaubwürdig. Das macht keinen Sinn. Vom Bezahlsystem für Online-Porno- und Glücksspielseiten entwickelt sich Wirecard in 20 Jahren zum deutschen Börsenliebling. Mit einer Marktkapitalisierung von gut 21 Milliarden Euro in 2019. Es wird zu einer Art deutschem Vorzeigeunternehmen. Die größten Umsätze und Gewinne im dreistelligen Millionenbereich aber macht Wirecard angeblich in Asien. 2017 wird Puff Gill als Chefjustizia Asien eingestellt. Mit Sitz hier in Singapur. Was war Ihr erster Eindruck, als Sie bei Wirecard angefangen haben? Es gab zwei Seiten von Wirecard. Die eine ist die europäische. Mein erster Tag in der Zentrale in München war perfekt organisiert, mit fast schon übermäßig intensiver Sicherheit. Man konnte in keines der Gebäude, nicht einmal auf die verschiedenen Etagen, ohne den passenden Ausweis. Ich habe gedacht, okay, es ist ein Zahlungssystemunternehmen. Es ist reguliert. Es macht die Dinge aus Sicherheitssicht richtig. Selbst wenn es vielleicht übertrieben ist. Aber als ich nach Asien kam, sah ich eine völlig andere Seite von Wirecard, die völlig unstrukturiert war. Sie wussten noch nicht mal, dass ich an diesem Tag anfange. Nichts war vorbereitet. Daran sah man die zwei Gesichter des Unternehmens. Die Asiengeschäfte von Wirecard werden hier von Singapur ausgesteuert. Zentrale Figur ist der Finanzchef, Ido Kurniawan. Ein Indonesier mittlerweile untergetaucht und von Interpol gesucht. Angeblich mit den besten Kontakten. So organisierten Kriminalität. Ido prallte gerne damit, dass er in eine Familie von Drogenhändlern eingeheiratet habe. Das hat er jedem erzählt. Das war für mich ein massives Warnsignal, weil es sich ja um ein reguliertes Geschäft handelt. Es geht um Zahlungen. Und dieser Kerl ist immer auf einem Flug von Südamerika nach Europa, überall hin, nach Australien, Neuseeland. Und er prallt direkt damit, sich in der Unterwelt rumzutreiben. Wann haben Sie festgestellt, dass da was falsch läuft? Finanziell ergaben die Dinge alle keinen Sinn. Jede einzelne Tochtergesellschaft in der asiatischen Region machte Verluste. Aber jedes Mal, wenn vierteljährliche Ergebnisse bekannt gegeben wurden, waren die Einnahmen in den Hunderten von Millionen. Genauso wie in Europa. Woher kam dieses Geld? Das waren alles Alarmsignale aus finanzieller Sicht. Alles sehr kurios. Das war der Zeitpunkt, als eine interne Whistleblowerin zu mir kam und um ihr Leben fürchtete, weil Edo sie zu eindeutig illegalen Transaktionen zwang. Nachdem sich ihm die Mitarbeiterin anvertraut, stellt Pav Gil heimlich eigene Recherchen an, will herausfinden, was an der Sache dran ist. Und er wird fündig. Ich fand heraus, dass sie unbekannte Drittunternehmen nutzten. Unternehmen, für die es keinen Grund gab, Kunden von Wirecard zu sein, um Gelder hin und her zu schieben. Ein sehr gutes Beispiel ist FlexiFlex. Allein der Name sollte Fragen aufwerfen. Es ist ein malaysisches Unternehmen, das in der Rohrverlegung und Hydraulik tätig ist. FlexiFlex hat eine Rechnung über einige Millionen an Wirecard in Euro ausgestellt. In Malaysia stellt man aber keine Rechnungen in Euro aus. Und das für Dinge wie 3D-Secure-Tokenisierungsdienste. Das ist etwas, das Wirecard seinen Kunden anbietet, nicht umgekehrt. Was haben Sie gedacht, was da los ist? Ich dachte, Edo fälscht einfach die Bücher. Er hat all diese verlustbringenden Einheiten mit Drittunternehmen kombiniert. Haben Sie herausgefunden, wo das ganze Geld gelandet ist? Die Quelle vieler Transaktionen war Wirecard-Bank in München. Das schien immer die Quelle für den Beginn der Geldbewegungen zu sein. Die Gelder der Wirecard-Bank gingen also beispielsweise an eines der Drittunternehmen, dass die dann durch eine gefälschte Vereinbarung weiter transferierten. Nach allem, was mir gesagt wurde, war der Plan, dass wenn es das endgültige Drittunternehmen erreicht, das Geld dann in Richtung Indien gehen sollte, um ein Loch in Indien zu stopfen, wie es hieß. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Aber das war für uns ein Risiko. Weil sobald die Geldbewegungen die Wirecard-Umgebung verlassen hatten, hatten wir keine Kontrolle mehr darüber, an wen das Geld schließlich geht und was sie damit machen würden. Geht es wieder zur Wirecard-Bank zurück? Aber so wie ich es verstanden habe, würde es tatsächlich irgendwo in Indien landen. Gefälschte Bücher, gefälschte Transaktionen, Millionen Summen, die in einem schwarzen Loch in Indien verschwinden. Pafgill ist alarmiert und informiert die Zentrale in München über die kriminellen Geschäfte in Asien. Er ist überzeugt, dass schnell gehandelt werden muss. Noch weiß er nicht, wie gefährlich das für ihn werden wird. Eines ist sehr wichtig zu verstehen. Wenn Personen innerhalb eines Unternehmens Fehlverhalten begehen, handeln sie nicht im besten Interesse der Organisation. Sie handeln in ihrem eigenen Interesse, nicht im besten Interesse des Unternehmens. Wenn man sie loswird, kann das Unternehmen tatsächlich gerettet werden. Was ich nicht wusste war, dass diese Leute Anweisungen von der Zentrale erhielten. Das war der Moment, wo es unheimlich wurde. Schließlich hat man versucht, sie zu feuern, aus dem Unternehmen zu drängen. Was haben sie gedacht? Bevor sie mich rausschmeißen wollten, haben sie versucht, mich umzubringen. Aber das ist fehlgeschlagen. Die wollten sie töten? Ja, so bin ich aus dem Unternehmen ausgeschieden. Die gleichen Leute, die wussten, dass ich sie untersuche, aber keinerlei Konsequenzen befürchten mussten, wurden immer dreister und mächtiger. Also kam Ido und wollte mit mir zu Mittag essen. Und das haben wir getan. Beim Essen sagte er, wir wollen dich nach Jakarta bringen. Du musst dir keine Sorgen machen, denn du weißt ja, wer mein Schwiegervater ist. Und weil du dich gut benommen hast, wird alles schon in Ordnung gehen. Das habe ich als eindeutige Drohung interpretiert. Dann erhielt ich anonyme Anrufe aus Deutschland. Und die Person, ich weiß nicht, wer das war, aber als ich den Hörer abnahm, sagte sie, Hallo, ist das Pav Gil? Wir haben gehört, dass dir gesagt wurde, nach Jakarta auf Dienstreise zu gehen. Geh nicht, denn du wirst nicht zurückkommen. Und dann legte die Person auf. Jemand hat Sie angerufen? Zwei verschiedene Anrufe. Zwei Anrufe und Sie glauben, die kamen aus Deutschland, um Sie zu warnen? Sie kamen aus Deutschland. Das konnte ich an der damaligen Festnetzleitung sehen. Wir hatten noch Festnetztelefon im Büro. Also, die Landesvorwahl war von dort. Ich weiß nicht, aus welchem Teil oder wer diese Menschen waren, aber sie schienen zu wissen, was passieren sollte. Vielleicht gab es da ein paar gute Leute, die nicht wollten, dass mir etwas Schlimmes passiert. Ich weiß es nicht. 2018 verlässt Pav Gil Wirecard so schnell er kann, taucht in Singapur unter. Immer in der Angst, verfolgt zu werden. Er kopiert belastende Beweise für den Betrug bei Wirecard auf einen USB-Stick. Tausende interne Dokumente, die er unter anderem der Financial Times zuspielt. Bevor der erste Artikel der Financial Times erschien, hatte ich ein Dossier mit all diesen gefälschten Verträgen und anderen Informationen erstellt. Es war etwa drei Zentimeter dick und ich habe es idiotensicher gemacht, indem ich eine Übersicht erstellt und erklärt habe, um welche Verträge es sich handelt. Dann habe ich es in Papierform an die BaFin, die Finanzbehörden in Singapur und Hongkong und einfach an alle geschickt. Einschließlich EY, Ernst & Young, auch die Staatsanwaltschaft München hat es erhalten. Aber niemand wollte etwas unternehmen. Das war verrückt, denn hier bin ich und sage, hier habt ihr einen Ansatzpunkt, der ziemlich umfassend ist. Nun legt los und tut, was ihr tun müsst, um alles zu untersuchen, denn das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich habe eure Arbeit für euch erledigt. Etwas, was diese Leute schon längst hätten tun sollen. Als sie festgestellt haben, dass da nichts passiert, was ging ihnen da durch den Kopf? Zuerst habe ich der Financial Times diese Informationen gegeben. Es dauerte vier Monate, bis der erste Artikel veröffentlicht wurde. Aber dann ging es los. Was ich nicht erwartet hatte, war die Reaktion der BaFin nach dem Erscheinen des ersten Artikels. Die BaFin hat gesagt, das sei ein Short-Selling-Angriff. Wirecard habe nichts falsch gemacht. Es sei alles ein asiatisches Problem. In diese Richtung gingen die Antworten. Das war sehr ungewöhnlich. Wie kann das eine normale Reaktion sein? Aus Sicht der Wirtschaftsprüfer von EY, wenn ich gefälschte Verträge sehe, dann ist das ein Alarmzeichen. Und das Round-Tripping-Geldgeschiebe ist ein absolutes No-Go in der Finanzbuchhaltung. Warum winken sie es immer noch durch? Warum verlangen sie nicht mehr Informationen? Wirecards Geschichte, ein gigantischer Betrug. Unter den Augen der deutschen Aufsichtsbehörde BaFin und der Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young, die über Jahre nichts bemerkt haben wollen. Die nie Kontakt mit Pafgill hatten, selbst als der Belege für den Betrug dafür zur Verfügung stellt. Bis heute wird Pafgill von der Münchner Staatsanwaltschaft auch als Zeuge ignoriert. Und er hat Fragen. Es geht doch darum, wer sich geweigert hat zu handeln und warum. Warum hat die Münchner Staatsanwaltschaft gesagt, dass das eine asiatische Angelegenheit sei und sich geweigert zu ermitteln? Warum hat die Polizei das Unternehmen nicht durchsucht? Welcher Teil meines Dossiers ergab für sie keinen Sinn? Dieses Gespräch würde ich gerne führen. Wenn wir uns mein Material nehmen und gemeinsam anschauen, wäre es eine andere Unterhaltung mit den Wirtschaftsprüfern, den Regulierungsbehörden oder den Münchner Staatsanwälten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mr. Gill, vielen Dank. Thank you. Thank you.